Musik Ja, und hier muss ihr Horn ran. Da muss ihr Horn ran. Das ist schlecht. Wie komme ich an ihr Horn? Oh komm, wir laufen durch den Wald. Das geht schneller. Guck mal, seht ihr die Augen vor mir tanzen da? So, und durch da. Ja, noch ein Arbeitsauftrag wären wir wahrscheinlich... Huh, was ist das? Ne, da war ja der Arbeitsauftrag drauf, ne? Hölzer? Ne, den haben wir ja schon. Ich such halt... Gibt's hier nicht irgendwo noch ein bisschen Holz? Der wollte ja Holz haben. Oh, sie. Hmm. Oh, ne. Sie wollte ja Holz haben. Wo kriegen wir denn jetzt Holz her? Ach, nee. Jetzt rennt man hier rum wie falsch gehört, oder? Gucken wir noch mal. Wie war König Edward? Ein großzügiger Mann. Wäre er nicht gewesen, würden wir hier nicht sitzen. Er vertraute mir seine letzte Bitte an, da er wusste, dass mich kein Abenteuer abschrecken konnte. Komisch, dass du mal nicht König warst. Hm. Hm. Fragen? Ja. Äh. Wo genau findet das Kraftduell statt? Das Kraftduell findet auf Devontrees spektakulärer, schwebender Insel statt. Begib dich gen Norden und dann gen Osten. Es ist nicht zu verfehlen. Wiedersehen. Alles klar. Hab ich irgendwas zu besehen? Gehen wir nochmal auf die Karte gucken. Das Bild hatte ich ja hier, ist ja hier runtergefallen, ne? Hier, Free Samples haben wir ja auch. Achtung. Amaya, der Spiegel wird verminst. Genau. Hm. Sollen wir das Bild vielleicht mal wieder aufhängen? Ne, Moment. Hier. Das Bild muss ja hier hin, ne? So. Wo war das wieder? Quick, 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 quick. Kann man nicht aufhängen. So. Jetzt wird er ins Dorf. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, der Alten da. Ich geh nochmal hoch. Wenty, ich lächze nach einer Pastete, aber nicht knuddeln. Schau mal. Ja, ich hab natürlich immer noch nicht eure... Wie können wir helfen? Ah. So. Wie kommt der Zahnweistrank voran? Wenn du einen Frosch findest, bring ihn direkt zu mir und ich gebe dir eine Kostprobe. Und dann trinke ich die froschlichen Überreste. Und es wird nicht mehr genascht. Okay. Ade. Möge dein Kopf gefüllt sein mit Wissen. Joa. Ja. Und wie kriege ich den Frosch? Was ist das denn? Was sind das für kleine Kerle? Vogelbomben. Unsere eigene Erfindung. Ein bisschen wie Rauchbomben. Aber sie enthalten Gas, das ihre Opfer wie Hühnchen gackern lässt. Temporär, versteht sich. Die da sind allerdings abgelaufen. Sie sind also nur noch Deko. Alles klar. Die Lampe war ja weg. Hier sollst du irgendwas lustiges hier hängen? Die Jugend. Weißt du noch, als wir jung waren? Du hast um meine Hand angehalten. Direkt vor den Höhlen oben im Hochgebirge. Ach, so ein herrlicher Tag. Bis unser Picknick gestohlen wurde. Ich musste mit deinem alten Bären um unser Essen ringen. Okay. Du meinst, Ul, den bärigen alten Schatz. Stimmt. Ein bäriger alter Pass. Ein alter Bärmeißer. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Nee, leider nicht. Ade. Nimm das Leben von der schlauen Seite. Mhm. Okay. Hm. Zack, 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 zack. Wenti, ich lächze nach einer Pastete, aber nicht knuddeln. Kann ich mit ihr nochmal reden? Hey, ich dachte, ich schnappe etwas frische Luft und arbeite an meinem Dolch. Äh, ich muss noch was fragen. Wie in aller Welt kann man denn einfach so euer Bett stehlen? Wie soll das gehen? Haha, du bist ja ein Schlaukopf. Wenn ich das wüsste, hätte ich es wohl kaum zugelassen. Falls ich nicht gerade so laut schnarche, wie der olle Brösler Bäume zersägt, hätte ich den Dieb hören müssen. Auf bald. Das hilft mir alles nix. Das hilft mir auf deinem Bauch. Hm, 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 hm. Was machen wir denn jetzt? Oh Gott. Joa. Also, ich weiß wohl, dass ich da unten das Mundstück haben muss. Hm, 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 hm. Rechts ist Olfi. Genau, ich muss ja noch einen weiter. Rechts war Olfi. Und noch weiter runter waren, glaube ich, die Frösche, ne? Ja. Hm, 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 hm. Das gibt's doch nicht. Irgendwas muss ich doch hier machen können. Das lohnt sich nicht so leicht hier mein Temperament. Vielleicht kann man nichts machen, ne? Bei dem Stress brauche ich was zu knabbern. Alter Schwede, ist sie nur am Futtern oder was? Darin befand sich das letzte Horn, das mir noch fehlte. Dreh ruhig näher, wenn du dich verbrennen willst. Okay. Irgendwas braucht sie. Ihr müsst doch irgendwo noch klein old sein. Ah, warte mal. Vielleicht. Eine kleine Stärkung schadet nie. Nee, das können wir nicht nehmen. Gucken. Ich dachte, hier könnte ich schon was machen. Hm, hm. Jetzt reden. Ah, gucke mal. Vielleicht das? Okay. Jetzt habe ich eine Idee. Da sind ja Rosinen, ne? Ja, hau dir, hau dir mal deine Croissants rein. Und ich hau da mal. Da, da. Hm, 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 hm. Mir geht's nicht so gut. Na, komm. Hm. Hm, warte mal. Schüttel. 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 Schimmie. Schimmie, Schimmie, Schimmie. Drehung? Drehung, 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 Drehung Oha, komm, mach mal ein Lickhärchen Jetzt ein Lickhärchen Das ist nur ein Traum Schmächtige Jungs schmecken dir nicht So, und du nimmst dir jetzt hier Jetzt hatte ich sie alle beisammen Jawohl Okay, brauche ich das noch was? Lass sie mal schlafen Kann ich dann... Na, da nehme ich doch selber nichts von So, hier habe ich sie Gute Nacht Träum süß Hätte ich auch früher drauf kommen können, oder? Alter, Alter Mann, Mann, Mann Warte mal, war das hier? Ne, hier war das nicht Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis man das checkt, oder? So, jetzt müssen wir mal gucken, wo war... Ich glaube, das... Warte mal, Ulfi war hier unten, ne? Ne, hier bin ich falsch Ist doch da oben lang Orientierung wie ein Toastbrot Entschuldigung Dabei war das so naheliegend Hahaha So Ich würde aber sagen, wir gehen hier lang, weil das geht schneller, als wenn ich jetzt einmal um das ganze Ding da rumrenne So Zack Laterne Juhu Und heigib ihn Dü, 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 dü Mua Weg Schnell weg So, und da müsste ich jetzt eigentlich... Ah, gucke mal So Hupila Gucken wir mal, ob es auch kommt, wenn ich sie rufe. Oh ja. Dankeschön. So. Okay. Was ist das hier? Das Schloss hatte ein Grabbenmonster? Hast du es gezähmt? Ihm Tricks beigebracht? Was hat es am liebsten gefressen? War es ein Süß- oder Selzwassermonster? Nein, Gwendolen. Dieser Teil der Geschichte ist nur eine Andeutung. Das heißt, ich muss noch warten, oder? Ich fürchte, ja. Okay. Können wir nochmal ein Stück hier lang gehen? Hallo? Dann würde ich mal sagen, dass man hier nicht weitergehen kann. So. Mal schauen. Hallo? Trab Trab. Ich hoffe, du hast saubere Schuh. Bestimmt verteilst du Wetzelkacke auf meinem Rücken. Nein. Niemals. Okay Ah, jetzt sind wir wieder da Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht hin Alter Seid nett So Müssen wir mal gucken Wir haben ja jetzt noch eine Möglichkeit Woop, woop, woop